Ich spiele schon früh. Ich spiele schon diesen. Hallo? Ja. Hi. Was ist das für ein Modus? Also, da kommt Lava immer höher und du musst halt die Skywaves bauen, dass du höher bist. Und du musst irgendwas haben, einen Rift oder so, dass du keinen Fallschein in der Lava bekommst, sonst bist du traurig und ja. Ja. Ey, komm durch. Okay, ich mach mal kurz meine Musiklase. Ähm, warte, Niklas. Da kriege wir... Komm, nach da, wo... Was? Ne, Hantos! Digga, ich bin Hantos. Da kriege wir... Ja, dann Hantos. Eins gehen, oder? Ne, da nicht. Was? Ich hab gefragt, ob wir da eins gehen kriegen. Ähm, nein, aber der Cup, der... Der ist noch. In zwei Stunden. Warum landet ihr jetzt doch? Wollt ihr mich verarschen? Ich hab jetzt mit sie. Matt, Niklas? Ich heiße Niklas. Ja, Alter, sei mal nicht so früh. Aus welchem Land kommst du? Aus Deutschland. Deutschland, Moinschland. Bist du schon tot? Ja. Warum? Und wer bist du? Weil er tot ist. Ne, man hat eigentlich fast gefragt. Ich muss ja... alles... looten, oder? Ne, man muss alles anschauen, weißt du? Ich baue schon eine Skybase. Mann, ey, bei so einem Typen lieb ich gleich, Digga. Ich baue schon eine Skybase. Komm, wir lieben, oder? Dieser Typ fackt ab. Och, Digga. Ich will nicht gehen, ich will nicht schnell. Lade... Ich lade dich ein, okay? Wir laden dich lieber ein. Okay. Ich nehme euch... die Freundschaftfrage. Was war gerade das denn? Was war das denn gerade? Hallo? Dieser Modus ist schon freigeschaltet, so muss das sein. Ja! 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 Hallo? 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 Hi, wie geht's? Gut. Ja? Ja? Hi, nimm meine Franzose Frage ein. Hey, ja? Weißt du, ich bin ein YouTuber. Was ist? Ich bin ein YouTuber. Okay. Ja? 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 Ich bin ein YouTuber. Cool. Haha! Ha! Ha! Prozent hier wird die Stilte schenkt oder Magen das ist ein Turnier oder ich glaube das ist ein Turnier hier kommt immer Lava hoch immer Lava hoch und du musst hoch eine Scheibe über Walken hier gibt es auch Gegnern oder ja nicht nur wir sind ich habe eine Waffe ja 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 wie heißt du hier 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 ist du Niklas Niklas du kannst mich auch mit mir kostenlos spielen okay hey hast du diese Waffe hier hier wir müssen schon eine steile bauen oder also ja ja wollen wir ja du zuerst Lava steigt Lava steigt immer schnell Sky West Sky West Tower für neue die Landkriebschrift blass lassen und die 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 er nächstes Tag ist er ein Koffer Prozent auf der Kugel Stürmer Sprechen er hat sich mehr kaufen das ist schon ein Sturz und die Anwalt ich glaube es hat gesagt ob man die bekommen weiß es nicht auch auf der Oberstädter eben also auf der Städte aber gut da stand ja eine Bissi die Glückmann das auch für den und ja nicht beteiligt auch mit dem gibt es auch aber ob man die bekommen keine Ahnung ins Kind kriegt man wenn man eigentlich nicht macht die wir werden machen das ist auch wir haben Schaffer ein erhältlich liegt dann können wir eines den Kriegeln Also, ja, auf jeden Fall steht es da hinten, ja, da hat er gesteht. Eine bisschen sieht, dann kriegt man diesen komischen, ja, coolen Skin. Einer schneit mich. Schneit, geil. Komm, hilf mir. Warte, ich kann doch um. Nini, ja, guck mal, wo... Ah, ja, da hinten. Schu... wo. Hast du einen Hit? Nein, noch nicht. So, Hund. Beiges Wünschen. Baudu. So muss das Ende. Nein. Nein. Fuck, Alter. Nini, ja, wirst du mit mir Gruppe reinkommen zu meiner Gruppe? Ja, ich komme mit mir in die Runde rein. Okay. Nach der Runde. Wirklichkeit der Kurs. Not tollen. Bruder kommen er. 무서uten mann. Und er will die. Der heilt mich zuerst, oder? Keine Ahnung. er hat der Heidmann ist wer redet er hat und nie im Jahr ich will nicht Marke mit Sto-Mini geht ich habe auch ich habe auch einen zum ersten Dank nun ist er jetzt wie das Geld ist bauern oder Prozent er hat das Weg Rostik schneller es ist er sagt so das war also auch halb da also ja auch immer war glaube ich können wo waren Kauter und keine Ahnung nur stunden halten die Welt in der Tat sind Jor China verlassen die Städte und mit mir die Stoßbuch der Kinder die haben kein Leben hat und so lehren los ich baue ich die nach Romala kommt dass sie noch um diese Scheiß- und Kinder von mir weg sind die Städte er hat er nicht schnell jetzt auch da und das ist kein Bock noch die anderen die Fakten ist dort am ankommen er er hat und wir stellen können doch starten gerecht die 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 der dritte die sie weiter hoch und dann wieder gestorben die rechtliche ich bin ja so unterhalten der in der Scheibe also nicht mehr als neuen Modus dass er und Bodenslauer war und da haben sich gerade so leute das gleiche ist gebrauchen und die ganze Grunde und die immer so auf den Sack alter soll ich töte die Hälfte ich fick die jetzt kaputt am Angriff ich kann nicht so weit schießen da kann die Waffen jetzt sagen ich will ich will doch nur runter ballern wir haben den Tod so gnadenlos verdient alter die sind schon drunter gefallen schlappst du mich in die Zone nein wo bist du Willi nein von dieser aus das dritte Mal bin ich gestorben ich bin ich schon wieder sterbe ich bin doch so ich will auch nur dieses Kind haben ja wir spielen gleich nochmal diese Runde oder ja 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 heißt du Louis oder also nein mein Name ist Finn Finn hi hi Finn ja kommst du bei meine Gruppe rein gleich ja wenn ich ähm also ja bist du alleine bei dieser Gruppe ja ich bin alleine dann komm rein gleich ja ich komm rein ja Alter Sila war schon hoch du kriegst diese Skin dann bist du sehr gut oder ja Alter die hoch die Euro ja 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 nein Alter ja 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 3 und ja was das ist ja nicht ich ja ich liebe Lava ist fåren ich liebe so ich wollte nicht ich ergeben er hat offen die Kälfte zu wieder extrem schnell Alter wie schnell die hochsteigt das ist eine hast du dich gott nein hatte ich mal kannst du wieder herunterladen da können wir schreiben also er mich würde ja gern discord installieren aber ich darf leider nicht mehr wort selbst einmal einmal bin ich mich freuen also unterhalten einheit mit so er hat etwas also war der ganz kurz einmal mit so verschiedene leute so komische verwerben Sachen geschrieben meine Mutter das mitbekommen dann habe ich einer bekommen und er muss das löschen was aber eben ich kann das gar nicht bei der Erwärmung die Uhr überwortschrittschreibern eine neue Abonnenten ja sie haben wir über das Schreibe und Abonnenten haben wir ja gern können also er nicht mal ganz kurz etwas zu vermitteln weil wir jetzt auch an die Jahrhundert aber ein Abonnenten der Weg ab 2 jen. 1 9 die ich habe auch schon ab vor dem waren die Falle und die Anwaltungen OO wir müssen nicht die Nummer geben doch nicht doch nicht doch 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 gleich der Teil der ja Kanzler der okay er war es dabei und beitreten Bist du? Ja, ich bin gerade bei Ladebildschirm. Ladebildschirm. Okay, dann bis gleich. Ja, bis gleich. Bist du jetzt, oder? Ja, ich bin gerade bei Ladebildschirm. Du musst jetzt zum Gruppekanal kommen. Ja, ich bin gerade bei Ladebildschirm. Hallo? Ja? Bist du jetzt drin? Ich bin immer noch Ladebildschirm. Ich meine, es dauert lange, tut mir leid. Internet? Ja, ich bin ein bisschen kacke. Du bist jetzt drin! Oder? Ja! Ich bin noch Ladebildschirm. Ich bin noch Ladebildschirm. Nein, ich bin noch Ladebildschirm. Wir treffen uns bei Lobby, okay? Okay. Nicht gleich. Nicht gleich. Gibt du deine Nummer? Ja, ja. Ja, ja. Äh, warum jetzt? Finn, weil, ich müsste dir hallo schreiben. Aber du willst umberst du denn mein Nummer, aber das ist natürlich ein bisschen verdächtig. Ich will ... Nein! Nein, nein! 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 Dann bis gleich, okay? Ja. Wenn du kommst bei meine Lobby, dann gibst du nur die Nummer, oder? Mal gucken. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Oder ich kann meine Nummer geben. Ja, oder so. Okay. Soll ich sagen? Warte. Hallo? 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 Neben Marvel? Ja? Hallo? Wer ladet mich da ein? Wer ladet mich da ein? Wer hat mich da? Was? Ich gebe jetzt meine Nummer. okay er wollte wir mussten ganz kurz vorzettel starten verpackt die keine Ahnung was 0 1 0 1 6 2 6 2 ja er hat er 4 5 5 4 5 5 8 2 2 8 1 2 2 8 1 fertig ja was so und nicht das heißt du stimmst ja hallo weil ja wer bist du ich bin ein Freund von Ninja ich bin ein Freund von Jung bisher wer ist das nicht sofort weg so mal ganz kurz da ist mein neues Bray angucken Marshala du bist hübscher als ich erst mal auf äh du bist ein kleiner Funk und so hihihi 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 also ähm ich hab deine Nummer eingegeben aber es passiert nicht er findet dich nicht oder mit hinten dann 4 9 vielleicht ist also sagt nochmal alle von vorne 4 9 warte warte so ja 4 9 stimmt 1 6 2 1 1 6 2 ja 4 5 5 4 5 5 ja 2 2 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 3 2 ich weiß ich bin krass nie ich jetzt über den jetzt ist hart kräftig okay schläger 10 die klinischen Schicht speichern und den Menschen schaden der Schacht Schuttspurt Schuppen Sponsport Sponsport das machst du Karten so dass immer mal den Kappen wir können es nicht mehr mehr durchspielen er hat das weg es wird in den Kappen der zwei Fahrer der Schuss er hat so weit im Spielen ich habe kein Kratzen darf ich noch kurz ausprobieren ich reinkomme in diesem Monus er hat 2 der Karten ich kann auch der Kette er wird meine Banken sind an die Stiftung die Stiftung er hat ich bin raus nehmt sie haben sich er hat er was los ich spreche mit Betrug Gännis von und die in der Dänen die 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 ich mache jetzt die Dings Mission ich finde mich auf Kanzler und es hier machen ein die Wettbewerbs haben es so nachdem der Erechung gemacht kann ich auch nicht die aufgabe machen die Erlösung ist in die Stolten es gibt neue Aufgaben der Abweiter das er geheimnisvoll ist in der Predator der geheimnisvolles Kind ich glaube dass ich hier ja aber wieder wenn er doch bei die geheimnisvollen Sachen ist er macht das ist bei bei die geheimnisvollen sachen werdet abbannt für das heißt und für das wer hat es schon also kann es auch so machen dass er vielleicht auch das Kind ich möchte es so weit nach dem Schubsten wer will mit mir also wie spielt Trio und damit spielen will weil die Produkte aufgaben der Sattel zu nehmen ja ich will okay der Künstler Kurzgruppe noch öffentlich machen warum ich eher kurz probieren nicht reinkommen in diesen Modus dienst du da gemeint hast kommst da rein oder zwei Fahrer ja man schafft es nicht geklappt und ich super kurz nach ja okay aber das bin ich eher alleine ja ich gucke gerne zu oder ich spiel bis zum Morgen auch online mal gucken um keine Ahnung war nicht also wenn ich bei online kommen dann keine Ahnung wann unter unterschiedlich ausstuft Gruppe Privat wollen wir mal telefonieren nachher okay die Joa was willst du die 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 also nein ich bin gerade live in den Show okay ich bin gerade live wer ist das? wer ist das? wer ist das? der Reiner also dass er ja zum Glück markiere habe ich doch da ich habe schon diese Aufgabe geschafft alleine okay aber du musst noch oder? ich muss die noch machen was lach was gibt es da zu lachen hallo hallo hat irgendeiner hat irgendeiner Zeit nein 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 ich will mit euch zocken nein ich will den Event hau ab also hast du einfach? nein ich habe keine 2 A okay dann muss ich da eine andere Lobby da ist das Flugzeug oh was war das denn? ein kleiner Bob ha was war das denn? wer war das denn? wer war es da gerade drin? 4 der etwa ich dass du zurückkehren meisterhaft elegant und ich glaubte nicht als ich weiß es nicht aber ich glaube die nächste ich glaube damit politik mal gucken später mal hin die dritte um die er so komisch hat du mit ihm keine Ahnung dumm Bomi keine Ahnung ja so komisch ist über die Mannschaft sprechen müssen kann ich auch mit dem was fertig machen ja mit dir also könnte müssen dauern als Spiel hat nur fort wenn euch die Herausforderung machen will in der Schule gewonnen hat hast du auch mal Kraft ja wir können dann spielen ja mal gucken warum geht das nicht auf auf man sieht man doch warum immer so war es wenn er auch mal so ein paar Tausend Kilometer Paar tausend Kilometer ja wie alt bist du 13 n muss gar nicht wissen wie alt ich bin wie alt 5 11 du hast schon diese Stimme Prozent Prozent er in der Selle der Börblichen an die 15 16 Kass oder wenn ich mich als du nicht das macht sie das ist auch ein Freund von mir bei Maxi ja was so gut das ist eine Freundin von die Jury das ist das ist ja 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 ein nun wird alt nun mit mit dem ich habe mich für dich zum Glück in den Gegner oder kann er sich ein Kahn das war doch zwar los Fahrlos! 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 Bitte fahr los! Ach du Scheiße! Und jetzt? Du nabau Titi! Fahr! Wer tretet mir bei da gerade? Hörst du mich? Hörst du mich? Hallo? Ja, ich höre jeden. Mein Kontrollauftrag ausgesagt. Aber hat dieser andere wieder ZFA? Der andere? Wer will mit dem Event spielen? Wer will mit dem Event spielen? Hast du ZFA? Ja. Okay, dann komm zu meinem Lobby. Kommt dran! Bitte! Okay, komm da zu meinem Lobby direkt. Fahr aus! Kleine Kinder, ey! Check da auf! Was? Ja, kommst du zu meinem Lobby, GTA King? Nee! Ey! Kommst du? Ja. Ja! Okay, komm direkt zu meinem Lobby! Ja, Tati! 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 Ah! Tati! 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 Oh! 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 Was! Oh! Oh! Tati! виг- der ist doch hier endlich irgendwo die Gäder der Ditte 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 die Ditte Ditte Heller war doch hier in der Karte der Tülle ich habe die Schritte auf gehört Hälfte er war er hat nicht geschossen sind er hat er gut gemacht ich glaube jetzt kommt der wieder als geist ich glaube ich bin aber da wird er war doch auch hier als geist und das war noch erinnern was er hier und Moritz Geister umschlummert so rummelt ich hätte sie irgendwo als geist gespawnt weil wir ihn gekillt haben ich muss gleich wieder duschen bei mir ist die Geist was? wo? keine Ahnung wir können um 22 Uhr wieder spielen ich spiele dann mit einem Turnier ok bist du dann um 22 Uhr online weiß ich noch nicht mal gucken willst du Twitch? nein ich bin auf Xbox neue Xbox also ich vielleicht kriege ich neue Xbox bald aber nein noch nicht ich bin auf die Xbox One S wie kann ich Xbox 63 freischalten Internet was? ich habe Xbox ein 60 ein 60 ein 60 ein 60 ja da geht auch Internet Internet ok oder ja ja man ich würde diese Mission haben mit dem muss man entsprechen was? Aufträge hier sprechen mit Biff Boss gibt's noch bessere Böße komm jetzt schnell ich bin schon hier oben auf der Autobahn äh Entschuldigung kein kein Problem Problem äh die Modus ist schon wieder on wenn ich Custom Games machen dann ich gewann dann bist du meine Beschützer oder? keine Ahnung mal gucken was waren für Kinder das? ich kann gerne Kopfhörer ein bisschen absetzen ok? ok ok wir können dann noch sprechen ok hörst du mich? ja sprach durch jetzt? ja ok ok ich hab ich ich höre ein Boot ich höre dich aber noch da höre ich ein Schiff dritte die die ein hat er gerade gewonnen ja ja aber die Kinder für nicht bekommen ja verstehe ich nicht aber da steht auf jeden Fall ein epischer Sieg den kriegt man uns gehen und da steht da ein Boot ich hier komm schnell los komm das gewinnt ist für mich krass ich hab ich als Verstecker bei euch ich bin komm ja hier nach der Runde Spielspielspieler Team ich muss mir nicht suchen ja ja wie immer find hier die Gegner hier hier Wallach ja also hey man kann vielleicht ein bisschen gewinnen aber und dann ähm 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 Spiele dieses da gibt's da gibt's so ein Cup Ding Cup Ding als nicht äh äh ich höre in einem Boot da ist ein Boot was so rutsch rutsch das ein Cup ist also wo man gewinnen soll ah 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 aber ich hab grad umsetzt aber auch mit Schuhen Lava ein Kack ah ein der Bruder weißt du ein das 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 ja aber auch aber auch aber auch aber auch aber auch auch und auch und das ist das versteckt ich habe mich aber das ich habe mich aber ich habe mich aber ich habe mich oder der Kaputt mit an den Garten dass das verstecken muss das 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 werden wollen wir jetzt telefonieren oder die auf Koenzen neb Lass mal her telefonieren wenn du auf gehst wenn ich gehe offline um ich gehe um 17 Uhr auf da werde ich auch live stream beenden bist du wieder drin ja das ist der das wird nein nicht das Spiel du musst diesen anderen Modus spielen der ist aber hier kein anderer Wende da ist da steht da ganz unten Gruppe KT Kampferdorfen Archie Royale denn kommt die das Modus was wo es gerade drauf ist aber der ist der um 17 Uhr bis 20 Uhr geht das diese Turnier in einer Stunde in einer Stunde fängt es erst an ja nein in einer Stunde endet ach doch es beginnt also sag mal beginnt eben Hä aber man kann ihn doch schon spielen ich kann er drauf und mit 2 A hat kann ihn doch schon spielen ja es ist ein wenig ich verstehe ich verstehe es ist mehr es ist kann er der Grunde auf der Stelle das ist nicht ich finde ich habe ein richtiges Versteck können wir jetzt spielen diese Möp 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 Held am Ehre steht vielleicht kann man jetzt gehen wir in den Suchen so verstehst du die in den 1 1 nicht so die ganze Zeit quatschen ich habe habe ich nicht ich bin ich bin ich bin schluss ich habe ich habe oder Feuergatt in der Ruhe von sie ich habe sie es gibt in der in es geht ich ist er hat an der Werner hat da einen Bart so lange ein Bild zu die Reichweite ich kenne auch alles verpackt R das war Stiebe die Verlangenen an Nürnberg die 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 Beleiter zurück Nini Nr und Spielstände in die Städte ist die in einer Sparte sind auch die Anwalt und so weiter erfreut wird sich wieder so ich hab jetzt eher auch doch ein paar Mal waren bei der Arme ich hab jetzt eher auch dass die Sünder haben da waren der Falle zufrieden und ich finde immer ein Geld ist da finde ich auch wenn ich auch A erhält sich auf die Sünderliste reden Nein, sie geht nicht weg. Das ist doch was. die Eid der Augen Mauer es gibt ja auch es ist der Eid der Abfahrt verharrt ruhig auch nur Spur dort gibt gleich Schöne oder Anzeige geht so aus den Niesen und Zeit auch die Anzeige Stolz muss breiten können und das Anzeige jetzt ist diese jetzt beginnt diese Scherfahrt ich kenne aber ein Geist so steckt wo ich gewinne die ich halte 5 6 6 6 6 6 1 ich habe das Projekt der Schüter mit dem Wettbewerb das hat so gut er hat ein ich werde gleich offline gehen ja kein Spaß dann noch sparen und zwar im Pass des Weltkriegs im Ex-Gene Prozent auch und eine Morte hat er war als er hat die Näge die 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 Acker aber auch gerade was genau nehmen wir das war der Weg durchsähen die Grunde die Leitungsmauer dort im Suche also ich will dir gerade überlegen die ja ich bin es ist ein ich bin ein paar Lüge auf Ersner Puhle was nach Puhle ich hätte die Art von Puhle er denn ist es ist hier nein wo ist denn das versteht klar ist Mann da sind wir in den Köln als auch schon gestimmt die Mädchen auch Köcke als wiesig ruhig und immer wieder ist ja ich habe ein Verstücklicher in den Köln zu halten Klappern wo war das sehr auch das der Junge ja es ist eine Minute eine Minute dort zu langen wenn wir konnten ich habe versteckt neue Versteckte ich habe neue Verstückung gehört ich gehe jetzt hier offline ok um 22 Uhr wir treffen uns wieder ok sauf ihn ok bis später dann er ist muss für unser Team mehr Punkte machen sie ist ein paar Anzeige mit mir reden die Busser es ist jetzt die Kaffee ja er hat ihn aber du musst mehr in er dankbar jetzt mehr als der Platz was sie ist da jetzt los sie sind recht gut fest die Welt auch die Freude die Nächste ist ein Versteck sie will mich hier meiner findet denn es ist unnötig das war eine neue Wahl steckt keiner findet mich hier hat man schon also wenn mich einer findet Klaus und und aber die Kräuter hat ein paar Gründer sie ist okay Prozent Prozent man soll sich und zwei Prozent 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 des ist ich muss die Geräte es wird natürlich auch bis zum 22 Uhr Zau wenn kommst du dann in meine Gruppe rein ja ich komme nachher sinnlos es geht auf Zeit nein versteckt egal ich bin so ein Sehversteck ich weiß wo du bist Ben komm doch zu ihm ich weiß nicht ich glaube nein wir sind nicht ich suche wenn ich euch heute live gefallen um 22 Uhr werde ich noch mal live gehen das sag ich dann Ciao Kosti bis 22 Uhr